Moin Leute! Willkommen zu dem sehr kurzen Video. Und ihr seht es schon, ich habe mir wieder Gras hingefasst und deswegen ist es jetzt nicht so groß. Aber es ist das Mario Theme, deswegen muss es auch nicht länger sein. Die ganze Nusser hier, es sind so wenig drin und es ist einfach geil. Hört sich an, let's go! Oh, das ist doch geil. Also es ist absolut perfekt. Es ist so dieses Kindheitsgefühl einfach wieder. Es ist so nostalgisch, es ist so geil. Ich habe jetzt so Bock auf Mario. Gleich nochmal. Oh, ist das geil. Das ist doch sowieso mein Kopf machen kann. Aber gleich nochmal. Und gerne Like und Abo reinhauen, wenn ihr YouTuber und Fraile Haltung unterstützen wollt. Und let's go! Einmal noch. Oder noch einmal. Wie schon gesagt, Like und Abo reinhauen und tschau! Und dann bin ich das zwei. Www. Und dann sind Sie mal. Und dann gehbe ich einfach. Vielen Dank.